Ich bin die Malis, bin 26 Jahre alt und bin Studentin. Also mir taugt am Fitnesssport einfach, dass es schweißtreibend ist auf alle Fälle, dass man sich wählen muss und dass man dann sein Ziel erreichen kann und dass das einfach ein stärkendes Gefühl für ihn ist. Mein Gefühl danach war jubelnd und jauchzend und es ist ein Krippeln, das man hat, wenn man wieder Stufen mehr geschafft hat. es ist ein Krippeln, der nicht mehr so stark ist, das man sich empfiehlt und es ist ein Krippeln. ich bin kein Krippeln, der ich bin ein Krippeln. Ich bin von Worksham und ich bin derónus und ich bin ein Krippeln. Ich bin der einfach sogar mit dem Krippeln. Untertitelung des ZDF, 2020